Die Bauern beabsichtigen heute, Deutschland durch Protestaktionen lahmzulegen. Es sind bereits Verkehrsstaus und Straßenblockaden vorhanden. Autofahrer, Schüler und Busfahrgäste müssen sich ab Montagmorgen wegen Bauernprotesten in vielen Orten Deutschlands auf starke Behinderungen einstellen. Die Landwirte planen unter anderem Konvois mit Traktoren und Kundgebungen, um gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung zu demonstrieren. Am frühen Montagmorgen hat dies bereits zu ersten Behinderungen geführt. In Mecklenburg-Vorpommern etwa blockierten Landwirte landesweit mit hunderten Traktoren Auffahrten von Autobahnen. Unterstützt wurden sie von Speditionsunternehmen, die gegen die Erhöhung der Lkw-Maut protestierten. In Sachsen waren laut Polizei etwa im Raum Dresden einige Autobahnauffahrten nicht nutzbar. In Berlin war die Lage am frühen Morgen zunächst ruhig. Die ersten Traktoren standen aber schon seit Sonntagabend am Brandenburger Tor. Nach einer eskalierten Protestaktion gegen Wirtschaftsminister Robert Habeck, Grüne, an der Nordsee rief der Bauernverband am Wochenende seine Anhänger zur Messigung auf und forderte, Aktionen vor Wohnungen von Politikern und persönliche Anfeindungen zu unterlassen. In Berlin soll es eine Demonstration mit Traktoren am Brandenburger Tor geben. Bauernpräsident Joachim Ruckwied bat für mögliche Beeinträchtigungen um Verständnis. Wir wissen, da kommt es natürlich zu Einschränkungen, zu Verkehrsbehinderungen. Deshalb bitte ich die Bevölkerung darum, dass sie Verständnis dafür hat. Es gehe um die Zukunft unserer Bauernfamilien und um die Zukunft der heimischen Erzeugung, sagte Ruckwied am Sonntagabend im ZDF, heute Journal. Er versicherte, bei den Aktionen werde dafür gesorgt, dass die Rettungsgassen frei sind. Ruckwied betonte im ZDF, Aktionen, die Gewalt mit sich bringen, sind ein No-Go. Man habe die Landes- und Kreisbauernverbände darauf hingewiesen, dass sie friedlich demonstrieren sollen. Alle Demonstrationen seien angemeldet. Die Gewerkschaft der Polizei, GdP, warnte vor einer Überlastung der Einsatzkräfte durch die Proteste. In Anbetracht der zu erwartenden Massen an Protestierenden, wird die Polizei sehr schnell, sehr stark flexibel in Deutschland agieren müssen. Dafür ist sie aber nicht ausreichend aufgestellt, sagte der Vorsitzende Jochen Koppelke den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er appelliere daher an die Friedlichkeit und Sensibilität der Teilnehmer und Versammlungsleiter. Der Protest der Bauern entzündete sich an Sparplänen der Bundesregierung, die ihre Subventionskürzungen inzwischen teilweise zurückgenommen hat. Die Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer für die Agrarindustrie soll weiter gelten. Die Vergünstigung von Agrardiesel soll nur schrittweise abgeschafft werden. Dem Bauernverband gehen diese Änderungen aber nicht weit genug. Ruckwied sagte im ZDF, diese beiden Vorschläge müssten schlichtweg gänzlich vom Tisch. Ab Mittwoch kommt es für viele Pendler ganz dick, dann will die Lokführergewerkschaft GdL unter anderem bei der Deutschen Bahn streiken. Der Ausstand soll von Mittwoch, 2 Uhr, bis Freitag, 18 Uhr, dauern. Erfahrungsgemäß könnten auch andere Bahnunternehmen betroffen sein, wenn zum Beispiel Mitarbeiter in den Stellwerken streiken. Die Bahn kündigte an, einen Eilantrag gegen den Ausstand beim Arbeitsgericht Frankfurt einzureichen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.